Erdogan versucht in der Türkei eine offene Diktatur einzurichten. Er verfolgt die Opposition, er wirft sie ins Gefängnis. Das geht auch uns an. Die deutsche Regierung kummelt mit Erdogan, sie lässt sich von ihm erpressen, es fließt Geld. Wir finden, das darf einfach nicht so weitergehen und deswegen sind wir hier. Wir wollen unsere deutliche Solidarität mit denen bekunden, die von Erdogan verfolgt werden. In der Türkei wird die Pressefreiheit, werden Frauenrechte, werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Es kann nicht sein, dass frei gewählte Abgeordnete verhaftet werden. Da sind wir zur Solidarität verpflichtet. Wir machen es ganz deutlich und fordern von der Bundesregierung, dass sie endlich die Verantwortung, die sie hat, annimmt und gegenüber Erdogan klare Kante zeigt und nicht zulässt, dass diese unmenschlichen Aktionen fortgesetzt werden. Deshalb nicht nur Freiheit für die Abgeordneten, endlich der Dialog, auch mit den Kurdinnen und Kurden und endlich eine Türkei, die zurückkehrt zur Demokratie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.